ich wünsche euch einen schönen guten abend habe beschlossen für euch heute abend noch ein kleines video zu machen und zwar sitze ich aktuell im bmw x3 35 diesel das heißt wir haben hier ein 3 liter biturbo diesel mit 313 ps und knapp 630 newtonmeter verbaut ist bei dem fahrzeug die achtgang wandelautomatik in dem fall mit schaltpaddles und ich habe mich immer gefragt die launch control wie das bei dem auto funktioniert wie das ankommt braucht man das macht es spaß und dann habe ich entschlossen ich zeige euch einfach mal jetzt ein video und zwar zum einen wie man die launch control aktiviert und zum zweiten einfach mal ein kleines video wie das fahrzeug aus dem stand von 0 auf 100 beschleunigt das fahrzeug muss laufen oder läuft seit der motor läuft dann drücke ich das bremspedal drücke den wählhebel von p also park nach d drive dann am fahrerlebnisschalter drücke ich bis sport plus dann fällt meine fahrhilfen aus und links im display erscheint dynamic traction control aktiviert das heißt wir sind jetzt im passenden modus drücken den wählhebel auf sport das heißt wir drücken ihn nach links sehen dann rechts im display schwingt die anzeige um von drive auf s1 danach drücken wir die bremse mit dem linken fuß komplett durch und drücken das gaspedal und dann sehen wir im linken display wie quasi die launch control aktiv ist und lösen dann einfach das bremspedal das würde ich jetzt auch mal sagen das machen wir jetzt suchen uns einen kleinen platz und da würde ich sagen dann sehen wir uns gleich wieder bis gleich so wir sind wieder zurück und jetzt zeige ich euch wie die launch control beim x3 in dem fall 35 diesel mit der achtgang wandlerautomatik aussieht wir sind bereits schon im menü gehen auf sport sowie beschrieben drücken das gaspedal ganz durch es steht dran und schießen ihn weg und 80 100 ganz schön ordentlich ich hoffe man kann es auf dem video erkennen also in der realität kriegt man einen ganz schönen schlag ins kreuz und dann marschiert das auto obwohl es auch annähernd zwei tonnen wiegt ganz schön nach vorne ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen wenn ihr mir weiter folgen möchtet abonniert mich und in diesem fall ist die tage und ich wünsche euch einen schönen abend auch keiner ich bin ein Vielen Dank.